Suro Queen fehlt noch, die Programm Nummer 4 kommt jetzt heran und geht jetzt hinein. Alle sind jetzt Startler, alle Pferde in den Boxen und die haben sich soeben geöffnet. Der Start zum dritten Rennen ist in diesem Moment erfolgt und Prinzess Alba als Favoritin geht hier in der Gegenseite gleich an die Spitze. Prinzess Alba hat in der Gegenseite das Kommando übernommen vor Suro Queen, dahinter ist Staring Guest auf dem dritten Platz vor ASEAN in vierter Position. So geht es durch den ersten Bogen. Prinzess Alba hat das Kommando vor Suro Queen in zweiter Position, dahinter ist Staring Guest an der Innenseite auf dem dritten Platz vor ASEAN und LORON. So geht es gleich zum ersten Mal die Gerade herauf. Prinzess Alba in der Barmitte hat den Vorteil, ist an der Spitze vor Staring Guest, dahinter Suro Queen und an der Außenseite LORON. Innen ist Provato mit dabei. Dicht geschlossen geht es gleich zum ersten Mal am Ziel vorbei, am Schluss AVORIO hinter ASEAN und hinter LORON. Es geht hier zum ersten Mal am Ziel vorbei und Prinzess Alba hat das Kommando. Prinzess Alba vor Suro Queen mit Staring Guest, dahinter ist Provato, innen auf dem vierten Platz. So geht es durch den nächsten Bogen. Staring Guest hat jetzt das Kommando übernommen vor Prinzess Alba. Die weicht nach außen, ist jetzt in zweiter Position. Die Pferde zu Beginn der Gegenseite. Staring Guest hat das Kommando, geht jetzt weit weg auf drei Längen, aber Prinzess Alba setzt gleich wieder nach. Staring Guest, Mitte gegenüber, hat die Spitze vor Prinzess Alba, dahinter ASEAN, der Schimmel jetzt auf dem dritten Platz vor Provato an der Außenseite. Der macht Bodengurt an der Innenseite und ganz außen kommt jetzt auch AVORIO mit in die vordere Gruppe hinein. Die Pferde im Schlussbogen. Prinzess Alba greift wieder Staring Guest an, aber Staring Guest bleibt zunächst vorne vor Prinzess Alba an der Außenseite. Die geht jetzt wieder etwas besser. Prinzess Alba bringt das Feld jetzt um die Ecke in die Gerade. Prinzess Alba hat die Spitze ganz innen, kämpft weiterhin Staring Guest und dahinter ist Suro Queen. Und an der Außenseite ist AVORIO zur Stelle. AVORIO an der Außenseite. AVORIO an der Außenseite vor Prinzess Alba. Dahinter ASEAN. AVORIO, AVORIO, AVORIO schafft es. AVORIO gewinnt vor Prinzess Alba. Dahinter ASEAN in dritter Position vor Staring Guest. Dann Provato und LORON. Stäme AVO. Stäme AVORIO. Ja, ich wollte eben sagen, ein Pferd fehlt doch noch, aber das ist Syroquin, die wurde angehalten, Ende gegenüber, ist jetzt hier mitgeführt im Schlussbogen. Syroquin ist also angehalten worden.